Wir haben Michel van Dijk zu Gast im Talk-Dot und der hat uns eingeladen zu einer Riesenradfahrt auf dem Hamburger Dom. Wie kommt's? Ja, weil ich glaube, dass das Riesenrad das einzige entertaining Tool hier ist in Hamburg, wo man nach 30 Jahren mal wieder hingehen sollte. Also zumindest, ich fahr vor 30 Jahren hier und eigentlich war das eher eignützig gedacht, weil hier das Höhenrands. Ich muss auch auf dem Boden, tut mir leid, das ist mir zu hoch. Das ist echt, die Höhenrands ist echt. Ich halte Peters Hand und wir werden jetzt Peter ein bisschen hier runter betreuen im Riesenrad. Ich spiele ein bisschen Mutter-Vater-Kid. Peter, alles gut, wir sehen gleich wieder unten.